Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister, ich hoffe es geht euch wieder gut. Wo seid ihr alle? Seid ihr schon vorbereiten für Maghrib? Hier bei uns ist es ungefähr in 20 Minuten ungefähr. Wie geht's euch? Ah, mashallah, mashallah, die üblichen Verdächtigen sind wieder da. Lasst euch mal alle umarmen. Schaukeln. Alhamdulillah. Habt ihr richtig meine Barthaare bei euch im Gesicht? Okay, ich hoffe es geht euch gut. Alhamdulillah. Ich wollte kurz etwas losgehen. Ja, bei mir ist alles besser. Ich wollte kurz etwas loswerden. Ich hatte heute mehrere Kommentare gelöscht, aber ich habe heute einen Kommentar gelöscht. Da ging es um dieses Foto, was ich gepostet habe. Aber das Foto war ja aus dem Jahr 2014 gewesen, ja, bei einer Kundgebung in Pforzheim. Ich habe diesen Kommentar gelöscht und oft sperre ich auch solche Kommentare, weil es gibt manche Sachen, die ich als Respektlosigkeit empfinde. Ja, ich bin in der Dauer seit 2016 fast ununterbrochen tätig. Ja, ich war in Deutschland in jedem Bundesland gewesen. Ich habe in Holland Vorträge gemacht. Drei Stück. Drei, ja. In Belgien einen, in Spanien einen, in England mehrere, sogar Freitagspredig auf Englisch. In Bosnien habe ich mehrere Vorträge gemacht. In der Türkei habe ich einen Vortrag, mehrere Vorträge gemacht. In Katar sogar Freitagspredigten. In Ägypten sehr viele Vorträge. Fernsehauftritte. In Marokko habe ich mehrere Vorträge gemacht. In Saudi-Arabien sowieso. Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendein Land vergessen habe. Ich will damit nicht angeben, sondern ich will damit etwas sagen. Ich war in Deutschland so gut wie in jedem Bundesland außer Brandenburg mit Vorträgen. Und ich habe sehr viel Erfahrung gesammelt. Ich bin, äh, ich habe ständigen Kontakt mit Schülern von Sheikh Abushak. Ja, äh, mit einem ganz speziell. Ich habe ständigen Kontakt heute noch mehrmals geschrieben mit einem, der früher Mufti in Katar gewesen ist. Die, es wurde auf Bosnisch übersetzt, die Vorträge gibt es auch im Internet. Und ich weiß schon, wovon ich rede. Das heißt, wenn irgendeiner von den Muslimen, die nicht in der Dawa tätig sind, kommen, dann kommt man mir nicht mit, ja Bruder, das ist aber falsch, du musst das und das so und so machen. Sondern, und schon gar nicht in einer Kommentarspalte. Sondern, was man macht ist, man schreibt mich zum Beispiel, weil ich bin ja nicht perfekt. Ich bin ja nicht perfekt, logischerweise. Keiner ist perfekt. Sondern man kann mich zum Beispiel privat anschreiben, ja, und sagen, guck mal, ich glaube, das und das ist nicht gut aus dem und dem Grund. Okay? Aber es schreibt keiner in die Kommentarspalte, nee, ihr müsst das und das machen und so und so müsst ihr so und so machen. Erstmal, wer bist du eigentlich? Welche Bäume hast du in der Dawa ausgerissen? Wie viele Menschen haben das sich in den Islam angenommen? Wo hast du überall Vorträge gemacht? Ja, nee, ich habe das von dem und dem gehört. Aber von dem und dem, okay, wenn der und der das so und so gemacht hat und sagt, das, was ich mache, ist verkehrt, was sind seine Referenzen? Wer ist er? Denn, was mich am meisten nervt, ist, wenn es dann hauptsächlich, ja genau, raus aus der Blockhütte, sehr gut gesagt. Was mich am meisten nervt, ist, wenn es dann um meine Art geht. Meine Art. Die Art kommt nicht an. Also, wenn es sachlich irgendwas gibt, Abu Hamza, du hast hier und da das und das gesagt, dann sage ich, oh, Entschuldigung, hat mich vertan. Äh, danke, Jezakallah Ocheran, muss ich verändern. Ist kein Problem, kann ja passieren. Nur, wenn mir jemand kommt mit, ja, die Art, man sollte das lieber so und so machen, denn worum geht es bei der Art? Bei Art geht es eher um etwas Subjektives, als um etwas Objektives, okay? Eher um etwas Subjektives, als um etwas Objektives. Und dieses ganze dumme Gelaber, warum mich das ärgert ist, weil das uns gespalten hat, okay? Dieses ganze Dumme, jeder kann doof labern, jeder kann es besser und kann kritisieren. Glaubt es mir, wenn du irgendjemand kritisieren willst und schlecht darstellen willst, nimm dir den besten Boxer der Welt, nimm dir den besten Fußballspieler der Welt, nimm dir den besten Eishockeyspieler der Welt, nimm dir den besten Basketballspieler der Welt und was machst du? Von all seinen tausenden Spielen oder Vorträgen oder Aktionen, die er gemacht hat, pickst du nur die Situationen raus, wo er einen Fehler gemacht hat. Du könntest jetzt ein 10-minütiges Video machen von Cristiano Ronaldo, wo er den Ball verschießt oder ihm der Ball abgenommen wird. 10-minütiges Video. Aber was drückt dieses Video aus im Vergleich zu dem, was er gut gemacht hat? Genauso ist es beim... Und das ist Gerechtigkeit, okay? Und ich will das hier sagen, weil durch das dumme Gelaber viel kaputt gemacht worden ist. Wir können nicht mehr so agieren, wie wir wollen, weil durch dummes Gelaber das Vertrauen der Muslime kaputt genommen macht wird. Schaut mal, etwas aufzubauen ist viel schwieriger, als etwas kaputt zu machen. Wenn ich zum Beispiel ein Handy habe, dieses Handy zusammenzubasteln, ist kompliziert. Es kaputt zu machen ist easy. Paf! Ich schmeiße es einfach, ich brauche dafür keine Sekunde und das Handy ist Schrott. Ich schmeiße es einfach oben vom Balkon mit voller Wucht auf die Straße und es ist kaputt. Oder ich fahre einmal mit dem Auto drüber. Das ist Schrott. Oder ich nehme einen Hammer und schlage drauf. Es geht ganz schnell. Aufbauen ist schwierig, kaputt machen ist leicht. Und die Worte sind oft gefährlicher, als das, was... als Taten. Und wir hatten von vornherein das Ziel gehabt, die Menschen hinter uns zu versammeln. Viele Menschen zu aktivieren. Wie kannst du das jetzt abwehren? Ja, aber guck mal. Da, 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 da. Ja, aber da. Vor ungefähr einem Jahr war ich bei der Umra gewesen. Da kam jemand zu mir und er meinte zu mir auch irgendwelche Vorschläge. Ja, nee, man sollte das lieber so und so machen. So und so machen. Und da habe ich ihm erklärt, warum ich das so mache und das ist ja eigentlich so, wie ich das mache, Erfolg habe. Da meint er, ja, aber wenn du es so machen würdest, hättest du noch mehr Erfolg. Hast du Elmul Reib? Hast du das Wissen vom Verborgenen? Das ist das Wissen vom Verborgenen. Das heißt, hättest du es so gemacht, dann hätte es noch besser geklappt. Erstmal kritisierst du. Dann zeige ich dir, dass deine Kritik unangebracht ist. Dann kommst du am Ende mit dem Wissen vom Verborgenen. Weil du kannst nicht sagen, ja, hätte ich es so gemacht, wäre es so passiert. So, die andere Sache ist, dann habe ich zu ihm gesagt, okay, dann mach du es doch. Warum machst du es nicht? Wenn du weißt, wie es geht und ich es nicht weiß, wie es geht, warum machst du es nicht? Warum haben wir von dir noch nie was gehört? Du weißt, wie es geht. Du weißt nicht, wie es geht. Ich weiß nicht, wie es geht. Bitte mach es. Habe ich mehr Zeit für meine Familie? Habe ich mehr Zeit für meine Familie? So, jetzt. Darauf zurückzukommen. So, dann wurde heute gesagt, und deswegen muss man immer Leute fragen, die vorne an der Spitze stehen. Nicht irgendjemand. Jeder kann über die Dauer labern. Ich frage mich, wo sind die Leute? Ich würde mich fragen, wo die Leute sind, die die Dauer machen. So, da wurde heute geschrieben, ich glaube, das war eine Schwester. Ja, so wie ihr dort geht, auf diesem Bild, kriegen die Nicht-Muslime Angst. Ihr solltet euch lieber eine Krawatte oder lieber einen Anzug anziehen. Ich weiß nicht mehr genau, der Wortlaut. Erstmal. Warst du dabei? Zweitens. Die Vorträge, wo die meisten von mir, die meisten bei mir den Islam angenommen haben, sind die Vorträge, wo ich ein Jalabi anhabe. Nur mal sehen nebenbei. Aber ich habe das nicht immer an. Sage ich, guck mal, das ist das Krasse. Der, der den Anzug hat, bei dem aber kaum einer den Islam annimmt oder kaum einer hat zurückgefunden hat, der erzählt mir, dass meine Dauer verkehrt ist, weil ich zum Beispiel Jalabi anhabe. Er sagt ja jetzt, die Art ist falsch, das kommt nicht bei den Menschen an. Okay, dann nenn mir deine Referenzen. Dann kommen sie mit, ja, es kommt nicht auf die Zahlen an. Ja, Moment. Moment. Doch, hier schon. Weil du hast ja gesagt, das kommt nicht an. Du hast ja nicht gesagt, das ist faktisch falsch. Hier, wir haben einen Hadith, der sagt, du darfst kein Jalabi ertragen. Du hast ja gesagt, das musst du machen, wegen der Weisheit in der Dauer, weil das bei den Menschen besser ankommt. Okay, gut schön. Zeig mir deine Referenzen. Hat er keine. Wenn er welche hat, okay, er hat welche. Kein Problem. Warum soll er keine haben? Erste Regel. Man muss sein, wie man ist. Wenn man Leute anziehen und begeistern will, muss man sein, wie man ist. Wenn man nicht so ist, wie man ist, ist man gekünstelt, wie du man nicht schmitzt. Kommst du nicht an? Sorry, das ist wie, wie in der Jahiliya Zeit. Wenn du so ein gekünstelter Typ bist, kommst du bei keinem an. Du musst sein, wie du bist. So. Das ist es. Nummer eins. Nummer zwei. Warst du in Pforzheim dabei? In Pforzheim wollten uns Neonazis angreifen. Die sollen ruhig wissen, dass wir auch kommen. Dauer ist keine Spielerei. Dauer ist nichts für Weicheier. Dauer ist etwas, wo man damit rechnen muss, dass man bekämpft wird. Wenn wir dann dagegen bedauern uns alle lieb, dann werden sie uns angreifen. Dann, ja das sieht forchterregend aus. Wisst ihr, wo es noch forchterregender aussah? Macht euch keine Sorgen, wie es auf die Nicht-Muslime wirkt? Erstmal, die Nicht-Muslime, die den Islam annehmen, die wollen nicht einer Gruppe angehören von Angsthasen oder Leute, die wollen zu starken Leuten gehören. Die wollen nicht zu Leuten gehören, die Angst haben, wie sie sich, Oh, hoffentlich kreide ich mich nicht, hoffentlich gefällt es dem, hoffentlich, das ist nicht meine Persönlichkeit. Das ist nicht meine Persönlichkeit. So bin ich im Leben. Das fängt schon bei, bei der Frau an. Wenn du mich nicht willst, wie ich bin, Tschüss, Arrivederci, Tschüss, interessiert mich nicht. Ich bin, wie ich bin. Ich verstelle mich nicht für irgendjemanden, damit er mich mag. Und ich habe damit Erfolg. Das muss man dazu sagen. Man könnte reden, wenn wir keinen Erfolg damit hätten. Und wir haben Erfolg bei Leuten, die weit weg sind. Weit weg sind. Was meint ihr, wer bei uns schon alles angefangen hat, zu praktizieren? Welche Frauen uns kontaktieren? Oder Männer uns kontaktieren, die weit weg sind? So. Auf jeden Fall. Jetzt geht es, das ist das Zweite. Also, was heißt das Zweite? Das ist eigentlich schon mehr, aber das ist der andere Punkt. Das heißt, wir müssen dort etwas stark auftreten. Allah sagt im Koran, Allah ist die Izzah und den Propheten und den Gläubigen. Und er sagt im Koran, sagt er, über die Gruppe, die kommt, Mächtig auftreten gegenüber dem Nichtgläubigen. So. Das ist der Punkt, liebe Geschwister. Mächtig auftretend. Und wie, wir haben das Ergebnis, wir haben die Authentizität, wir haben den Grund, dass wir nicht aussehen dürfen wie die Ottos. Und übrigens, wer uns nicht will, vor wem haben die Angst? Vor dem, der mit dem Jalabi herumläuft? Warum haben sie denn vor den Sufis keine Angst? Läuft noch auch mit dem Jalabi herum und Bad? Da hat man nichts zu tun. Man muss sich, man muss ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Die Dauer, damals, da hieß es Schläfer. Der Schläfer, der rasiert ist, der ist gefährlich, der tut so, als wenn er keinen praktizieren wäre, dann lässt er die Bombe knallen. 11. September. Das ist der Punkt. Dann, wie kann ich Ängste abbauen? Wie baut man Ängste ab? Indem ich mich anders gebe, als ich bin? Ich stehe mich mit dem Bad rasieren, so, jetzt braucht ihr keine Angst mehr vor Bad zu haben, ich habe den Bad rasiert. Nein, dann wird der weiter Angst am Bad. Sondern, warum gibt es keinen Nichtmuslim in meiner Umgebung, der mich Hassprediger nennt, oder mit dem ich nicht klarkomme? Egal wo ich bin, Supermarkt, überall, null Probleme. Null Probleme. Ob der 11. September gespielt wird oder nicht, spielt hier keine Rolle, spielt hier darum, was danach verbreitet wurde. So danach verbreitet, ihr müsst vorsichtig sein vor den Muslimen, die rasiert sind, wie die Schläfer, die in Hamburg gelebt haben. So. Warum nicht? Weil ich sie so konfrontiere, wie ich bin. Ich kann nur Ängste vor Bad und Jalabi und vor diesem Bild abbauen, indem ich mich so gebe, wie ich bin, und die sagen, ey, das ist ja eigentlich ganz in Ordnung. Deswegen, wenn ich etwas mache, ich bin nicht unbedingt perfekt. Natürlich kann ich einen Fehler machen. Ich kann mich versprechen. Aber, bevor man groß rumposaunt und irgendwas reinpostet und mich korrigieren will, sollte man sich erstmal fragen, was man selber auf die Beine gestellt hat. und dann sollte man erstmal die Höflichkeit besitzen, die Höflichkeit besitzen, mich zu fragen, Entschuldigung, Abu Hamza, du machst das und das, ähm, ich als Außenstehender, ich habe nicht viel Erfahrung in der Dawa, ich würde denken, ist das nicht etwas, ist das nicht etwas, vielleicht kommen, kriegen die Angst und so weiter und so fort. Das ist der Punkt. Dann, unsere Dawa ist nicht nur für Nichtmuslime, sie ist vor allen Dingen für Muslime. Dem Muslimen muss Selbstbewusstsein beigebracht werden. Selbstbewusstsein. Deswegen, liebe Geschwister, das wollte ich nur kurz gesagt haben, damit ihr das verstanden habt, die müssen stolz spüren. So, und guck mal, wie viele Likes das Bild bekommen hat von den Muslimen. Guck mal. Und wer hasst dieses Bild? Wer will uns als kleine Ottos sehen? Die, die den Islam hassen. Die wollen uns gerne sehen als Leute, die kein Selbstbewusstsein ausstrahlen. Nichts. Das ist der Punkt. Deswegen, liebe Geschwister, ich bedanke mich bei euch. Jazakum lauchheran. Gebt diese Botschaft weiter. Subhanakaloum wa bihamdik. Asshadu wa illa 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 and astafirukatubu alik.